Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Black Ops 3 So, schauen wir uns mal hier unten um. Vielleicht kriegen wir da ein bisschen was Neues jetzt raus. Laut Aufklärungsdrohne sind sie hier durch. Will jemand ein Hunderter wetten, dass wir da unten nichts Gefährliches finden? Nein? Oh, warum nicht? Die Schweine. Ähm, was hab ich noch mal an... Mensch, ist da... Was ist das? So, ja, okay. Granate, Granate. Wir haben keine Granaten. Das ist nicht schön. So, dann fresst man hier ein paar Kugeln. Aber es wird ja... Genau, du hast noch einen ausgeschaltet. Schön. Zack. Wieder nur Roboter hier unten. Nur Roboter. Ich hab's grad die Rakete, äh, zerlegt. Sehr gut. Haben wir noch den, oder? Ja. Das ergibt keinen Sinn. Wer kontrolliert diese Roboter? Ich weiß nicht. Trianguliere die Quelle. Bisher noch kein Glück. Dann mach mal schneller. Aber mit Tri... äh, mit der... mit der... wie gesagt... äh, Dreieck sollte das ja relativ schnell gehen. Ah, das wär zum... explodieren. Mal sehen, wie tief der Kaninchenbau reicht. Wenig Licht voraus. Auf verbesserte Sicht umschalten. Jupp, ich... Mach das mal. Ich guck hier oben mal noch. Guck mal, jetzt nimm ich was zum Mitnehmen. Und da oben wahrscheinlich auch, ne? Obwohl... ich... wahrscheinlich... nicht da hinkomme. Ne, okay, gut. Na dann. Spiel nicht ruckeln. Schnell, die Aufklärungsdrohne wartet nicht. Ja, das wär aber mal besser. Weil, äh... Sachen suchen und so. Ohne es wahrscheinlich auch zurückgeht. Das war ein bisschen knapp, aber hat gerade so gereicht. Weiter. GPS-Koordinaten des Alarms sind direkt voraus. Oh, ach so. Hätte ich da bleiben können. Naja. Hey. Hm. Na dann. Ah ja. Kane, wir haben die Aufklärungsdrohne gefunden. Ihre Überreste. Die hat's halt ein bisschen zerlegt. Nun, wir hatten unseren Spaß. Warte. Ich will mir das Symbol genauer ansehen. Erkennst du es? Sieht nach einem geheimen CIA-Projekt aus. Wenn dieser Scheiß zum Zeitpunkt des Desasters hier war, hätten sie kein Säuberungsteam reinschicken können. Vor, Taylor. Ja. Ich glaube, hier will jemand was verbergen. Blutspuren führen hier lang. Dann schauen wir uns das doch mal an. Haben wir hier noch was Tolles? Tatsächlich? Moment. Kommen sie mal her. Was ist hier los, Kane? Wer hat denn die ausgeschaltet? Ich meine, die Drohne ist ja nicht so weit gekommen. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Ja, das auf jeden Fall. Hm, ich seh grad nix. Die Fall ist eigentlich relativ schnell. Letterweise. Hey. Frech. Die Viecher. Bleib. Da kannst du gerne mal weg, Kollege. Im Nahkampf geht das ja tatsächlich einigermaßen mit denen. Obwohl die generell nicht viel aushalten. Das ist sehr angenehm. Nicht so wie die etwas größeren Kollegen von euch. Wünsche wohl, geruht zu haben. Irgendwer ballert noch. Das wird knapp. Das wird zu knapp. Okay. Sie machen doch noch irgendwann Schaden, wenn sie dann mal durchkommen. Können wir das beschleunigen? Können wir das beschleunigen? Was zur Hölle? Können wir tatsächlich? Sehr praktisch. So, wir hatten euch auch schon ein bisschen zerlegt. Wo kommt der her? Wieso kommen die gerade wieder von allen Ecken? Und nicht schön von vorne? Was zur Hölle? So, schalten wir euch mal aus. Ich meine, wir haben es ja. Wir sind aufgeflogen. Los, los, los. Genau, ballert die mal schön weg. Das ist, glaube ich, gar nicht so dumm, kurz hier unten zu bleiben. Oder? So, da ist schon wieder die Muni weg. Kommen wir denn da eigentlich irgendwie rein? Ich glaube nicht. Okay, ich will trotzdem oben rum. Hier sollte es jetzt ja ruhig sein. Aus dem haben wir uns hier noch nicht so ganz umgeschaut. Na, doch noch nicht so ganz ruhig. So, dem haben wir es jetzt gegeben. Hi. Da sind wir noch dran. Das hat gerade so gereicht. Sehr gut. War schon wieder eng mit der Lebensenergie. Irgendwas trifft mich hier schon wieder. Irgendwer von euch macht hier schon wieder Schaden. Bitte drauf gehen. Danke. Bevor ich drauf gehe. Sehr gut. Was ist mit diesen Robotern los, Kane? So ein Verhalten habe ich von Robotern noch nie gesehen. Irgendwie sind sie von ihren eingebauten Parametern abgewichen. Hm. Naja, wir sind ja schon vorher angegriffen worden. Nur, dass die jetzt wahrscheinlich auf Nahkampf aus sind, ne? Das könnte halt auch irgendwas damit zu tun haben. Hm. Welche Werbungsdurchsagen hier? Weil es keine B-Werbungsdurchsagen sind, ist das ja alles in Ordnung. Das Zeichen haben wir doch immer im Ladescreen. Gespannt, wie das dann nachher alles zusammenkommt. Okay. Heilige Scheiße. Hendricks, überprüft die Konsolen. Vielleicht kann ich etwas von den lokalen Platten ziehen. Okay, Kane. Du bist dran. Das sollte nicht hier sein. Zum Zeitpunkt des Unfalls gab es keine DNI-Versuche an Menschen. Nichts offiziell. Das waren bestimmt keine Freiwilligen. Sie sind alle mit einem Zentralserver verbunden. J-Zong. War er nicht unser Ziel? Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Wenn er tot ist, wieso finden wir einen Haufen toter CIA-Leute mit seiner Handschrift? Eine Minute, Kane. Die CIA bringt uns rein. Teilt uns einen Kontakt zu. Und wir stolpern über eine CIA-Operation? Macht das etwas Sinn? Hendricks? Was meinst du damit? Weiß ich noch nicht. Halte nur Augen und Ohren auf. Besonders bei Kane. Okay. Alles okay, Hendricks? Ja, Kane. Alles okay. Gut. Ich sehe Netzwerkaktivität aus einem Serverraum ein paar Etagen tiefer. Hey. Das kann kein Zufall sein. Gehen wir. Hm. Haben die auch irgendwie alle die Augen raus... Ja, scheint so. Dass sie denen auch die Augen rausgerissen haben. E-Papier. Hätten sie, glaube ich, gar... Oder? Weiß nicht. E-Paper hätten sie, glaube ich, gerade lassen können. Da vorne ist es dunkel. Sichtverbesserung. Bestätigt. Ich messe Strahlung. Geht langsam. Sie könnte eure Optik und Kernsysteme stören. Ja. Ist wie ein 360p-Video auf YouTube. Hilf mir mal hoch. Vielleicht bekomme ich ja die Tür geöffnet. Oh, hier gibt es Muni. Cool. Zwergenwaldwurf. Hey. Du hast die Tür aufgekickt, Hendricks. Das ist ein Leckerli. Ich habe sie nicht geöffnet. Oh. Okay. Kommst du mit? Das geht auch hier gleich bestimmt zu, wenn wir da reingehen. Hier drin sind noch mehr Testsubjekte. Ja, noch ist es zumindest einigermaßen ruhig hier. Das ist ja schon mal ganz vorteilhaft. Irgendwie sind heute viele Hubschrauben unterwegs. Sie sind im Wasser. Na gut, dass wir vorhin Muni genommen haben. Obwohl ich glaube, wir hatten eigentlich noch ein bisschen was übrig. Geht nur so lange dahin bleibt, bleibt es mir das Ganze recht. Oh. Wie fies. Dürfen wir nicht mehr mehr hier raus? Da auch nicht. So, die Herren, das war's mit euch, ne? Ah, da können wir raus. Alles klar. Jupp. Mit die rechtzeitig kriegen geht das ja alles noch. Aber jetzt kommen... Jetzt kommen sie doch etwas zahlreicher. Ja, die hat's auch zerlegt. Hm, sieht nicht gut aus für die Leute hier. Sieht echt nicht gut aus. Und die Muni geht auch so langsam wieder zur Neigung. Obwohl ich denke, wir können uns da oben nochmal aufstocken. Da sollten wir eigentlich hinkommen. Ja, das ist nett. Ist das nicht abgeriebt? Achso, jetzt müssen wir mal wieder hinten rum, oder? Wie? Ja, oder halt darüber. Aber das war's mir wert. Dafür hab ich jetzt einen Muni. Ich wollt eh hier noch rein. Hm. Aber jetzt regt es auch noch, Roboter. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich denke, da dürfen wir alle haben. Hier drin ist jetzt auch nicht mehr so viel, oder? Kriegen wir euch mal platt. Okay. Wir kommen dem Ausgang näher. Gibt es hier noch was zu mitnehmen? Diesmal nicht. Okay. Aber auch hier geht's erstmal nicht weiter. Hm. Okay. Okay. Prototyp-DNA-Plakate, okay. Interessant. Langsam wird's ja mit der Sammlung was. Ne Menge Roboter hier, Kane. Ruhig. Lass dir Zeit. Kane, ich wurde von den anderen getrennt. Vor mir scheint der Server rumzulegen. Raus da. Direkt vor dir ist ein Ausgang. Ist in Ordnung. Ich hab Muni. So lange sie nur von da kommen, kriegen wir das hin. So, das war das. Das sieht hier immer mehr nach Waffenforschung aus, nicht nach Biotech-Labor. Die Chemikalien, die bei dem Desaster freigesetzt wurden, wurden nie identifiziert. Wittert noch jemand eine Vertuschung? Wahrscheinlich. Na gut, schauen wir in der nächsten Folge mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß seit beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.